Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pack Opening und dem ersten Pack Opening der ersten Reihe von Pokémon Schwert und Schild. Hallo ihr Lieben, ich war heute im Laden, heute ist der 7. Februar und habe mir drei Booster gekauft von Schwert und Schild. Also eigentlich habe ich mir zwölf Booster gekauft. Für die nächsten Tage werden wir nämlich jetzt immer drei Booster öffnen, um uns einfach mal ein bisschen Pokémon Schwert und Schild anzugucken. Einzelne Booster habe ich tatsächlich schon gesehen in den Vorkarten, aber ich selber habe noch keine gezogen und bin jetzt auch gespannt, wie die so live sind und in Farbe. Und wir schauen jetzt einfach mal, würde ich sagen, rein und reden nicht viel. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal als erstes, ich glaube, es sei mal Center, ist das? Sorry, meine Katze, tobt hier noch neben mir rum. Und dann öffnen wir das erstmal. Oh, auf jeden Fall lässt sich es besser öffnen als die Karten von Verborgenes Schicksal, wo ich das letzte Mal geöffnet habe. Und dann schauen wir mal. Also als erstes haben wir hier eine Unlichtkarte, dann einen Hypertrank, eine Citrusbeere, Karanowil, das in den Wolken fliegt und hier haben wir noch ein paar Bäume. Das erste Pokémon der achten Gen, ein Krebi aus Gen 1 am Strand, ein Gala Zickzacks, auch aus Gen 8, mit der Fähigkeit Kopfnussrappe, ein Cotini aus Gen 8, ein Salanga aus Gen 8, ein Voldi aus Gen 8 und ein Gottrom. Als Holo mit hier auch den ganzen, weil es ja ein, was soll ich jetzt sagen, ein Pflanzen-Pokémon ist, hat das hier ja die ganzen Blätter so als Holo. Und Gottrom ist ja die letzte Entwicklung des Starter-Pokémons Chimpep. Genau. Und es hat halt auch immer so eine Trommel dabei und macht sehr gerne Musik. Und unsere letzte Karte ist ein Holo-Inteleon. Die letzte Stufe des Wasser-Starters Memion, glaube ich heißt es. Ja, Memion. Genau. Damit haben wir gleich mal zwei Starter drin gehabt in dem Pack. Und eigentlich außer Krebi nur neue Pokémon gehabt. Also nur ein Pokémon aus der neuen Gen. Wir hatten jetzt leider kein, wie sagt man? Oh, jetzt habe ich euch gleich gezeigt, wie ich es geöffnet habe. Keine, ähm... Keine besondere Karte gehabt. Dann haben wir hier eine Pflanzen-Pflanzen-Pflanzenenergie. Wir haben... Pleg... Pfl-Klon? 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 Passend zu Inteleon. Was wir davor noch gezogen haben. Die Vorstufe. Dann haben wir, ähm... Ein Entwicklungsrauch. Dann haben wir Amphira aus der siebten Gen. Dann haben wir Thermophob. Nochmal Galatzik-Zach. Somnian. Snom-Nom. Alles auch aus der achten Gen. Den Pflanzen-Data-Chimpep. Also die Grundform von Gott-Rom, was wir gerade eben schon hatten. Ein Goldini im Wasser. Und ich finde dieses Artwork echt schön. Es sieht richtig... So richtig... Sagt man real und echt aus. Und hier mit den ganzen Blättern, auf denen noch so Wassertropfen sind. Also es gefällt mir richtig gut, dieses Artwork. Und auch hier wieder die Wassertropfen. Und ein Somnivora. Aber leider nicht Holo. Und dann wollen wir mal noch das letzte Pack öffnen. Also lasst euch nicht stören. Hier sind ein paar Flecken drauf. Denken wir mal. Ich muss mal wieder ein bisschen sauber... Äh, wieder mal eine neue Decke hin. So. Und das letzte Pack. Das haben wir hier wieder eine Feuerenergie. Eine gewöhnliche Angel. Ah, der Bettis. Das ist ja einer der Rivalen, wenn man das Konsolenspiel spielt. Kick Kerlo. Und somit haben wir auch den Feuerstarter. Wenigstens mal in einer Entwicklungsstufe dabei. Dann haben wir Pritz-Igel. Dann haben wir Pritz-Igel. Aus Gen 3 vielleicht. Auch 4. Ich bin gerade gar nicht sicher. Ich glaube 3. Lampi. Auch Gen 3. Nebulak. Schön so mit auch wieder diesem Artwork hier. Fürs Holo. Und schön frech streckt seinem Klammer die Zunge raus. Aus Gen 1. Und. Liberlo. Somit haben wir jetzt die letzte Entwicklungsstufe des Feuerstarters. Aber leider hatten wir in diesem Pack Opening kein Hit. Aber wir haben alle 3 Starter gezogen. Liberlo. Ich muss mal kurz gucken. Inteleon. Und Gotrom. Und wir haben auch ein paar Vorstufen gehabt. Hier haben wir einmal Pleklon gehabt als Vorstufe. Und wir haben hier die erste Stufe von Gotrom. Chimpep. Ich kann auch mal ein bisschen näher heranzoomen. Dann seht ihr es vielleicht ein bisschen besser. So. Schieben wir den ein Stückchen hier rüber. Die ein Stückchen hier hin. Und dann kommt Gotrom. Wartet mal. Gotrom hier hin. Chimpep. Perleon. Libertro. Hatten wir noch was? Starter mäßiges. Ich glaube nicht. Achikalo. Hatten wir noch. Genau. Und wir hatten einen Trainer, den Bettis. Als Trainerkarte. Und sonst hatten wir ja sehr viele Pokémon. Auch viele eben aus Gen... Gen 8. Wir hatten einmal eine Gala-Form. Gala Zickzacks. Jetzt war ich so ran gesucht. Hat ein bisschen blöd zu zeigen. Und in diesem 3er Booster Pack, das ich gekauft habe. Ähm, es war noch Gala Pronita mit dabei als Sonderkarte. Genau. Und das wär's dann eigentlich schon wieder mit diesem Pack-Opening. Zum Release, ähm, von Pokémon Schwert und Schild. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich werde jetzt wahrscheinlich im Anschluss gleich für morgen, also für den Samstag, noch ein Video aufnehmen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und tschüss. Ich hab euch lieb. Eure LA.